Moinsen, Papa! Musst du heute nicht auf den Baumaluchen gehen? Außerdem, warum sollst du so früh schon Bier halten? Junge, warme Bier ist gut bei Erkältung. Das Bier ist aber nicht warm. Es ist arschkalt, Alter. Junge, ich bin ja auch nicht erkältet. Sofort liken, abonnieren, kommentieren und teilen. Super Junge!